Ey, was ist denn heute los? Oh, wir haben alle, alle eine Silencer, ja, wäre schön. Ja. Wird ja auch mal sein, ja. Richtig, wir sind jetzt die stillen Killer. Du musst mal, du musst was treffen damit. Ja, gut. Ich treffe nämlich nichts damit. Obwohl, also von der, von der, von der Entfernung soll die eigentlich genauso sein wie die normale Fetterie, ne? Mit dem Treffen. Ne, ne, die Entfernung, ne, ne, die ist weniger. Also die kann ja, die kann ja nicht so weit schießen, die hat ja ein Schalldämpfer drauf. Ungefähr die Hälfte, ja. Also ich habe gerade geguckt, die meinen, die werden die alle Fetterie hat 203 Meter. Ja, richtig. Und mit Pferden noch mehr. Die hat 110 oder 90 oder irgendwie so, ganz was assiges. Oh, hier ist, oh, hier sind Hunde. Und? Event-Punkte. Schüsse hier von rechts. Ja, und die Rabe sind hoch. Die Punkte habe ich noch schnell geholt. Mhm. Alter, wart ihr das? Ne, ne? Nein. Auf, auf der Brücke. Super. Wart auf der Brücke. Hat einer, äh, Feuerchen gemacht. Auf der Brücke? Ne, ich bin ja hinter der Brücke. Ich sehe da nichts. Feuer. Du bist ja hier, 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 die Brücke, hier vorne brändet, die Brücke, meine ich. Wie seht ihr die Brücke, ich meine? Ne, ich sehe nur die Brücke hier. Hier vorne, wo ich gerade anmarschiere. Ja, ich bin ja schon weiter weg. Ja, ja. Ja, wir sind schon, wir sind schon fast beim nächsten Punkt. Ja, ich sehe schon, ja, ihr seid schon wieder fast draußen, ne? Ja. Sehr spannend. Ja, ich gehe jetzt zum Ausgang. Tschüss. Hören wir auf die Pfade. Was, 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 was. Hier ist die Tür offen. Mhm, da ist aber nichts drin, sonst wird der Punkt rauschen. Ja, aber da war schon jemand dran. Ja. Dann sind ja die, die gerade da so rumgeballert haben. Die wahrscheinlich da in der Kirche. Ja, Pferde bei, bei 100, 225 circa. Ja. 125, 210. Da ist der nächste Punkt, wo wir auch hin müssen. Oder wir nehmen den bei 300. Ich würde sagen, bei 300. Bei 300. Oh, Punkte. Ja, sehr gut. Oh, da hat man geschossen. Da war ich. Auf dem Zombie. Ihr sammelt ja nur Punkte, ihr macht ja keine Zombies mehr. Nö. Ne. Oh. Wir machen die wichtigen Sachen. Ja, okay, stimmt jetzt. Da oben ist irgendjemand am Kloppen. Das ist ja Atlas bestimmt. Das ist ja Atlas, nein. Auf welchen Punkt geht ihr? Auf 300, ne? Ja. Das ist natürlich so ein dicker, ne? Hinter uns, fühlst du? Ja. Bei 180 circa. Raben hier vorne, dicker, alles da, alter. Oh Gott. Oh, Hunde auch noch. Ja, ist klar, Morat. Habt ihr die Raben gemacht? Der Zweite, der vorbeischleicht, der löst sie dann auf jeden Fall aus. Schießt ihn mal von hinten an, dann. Komm. Mach dir den Punkt, der kommt zu mir. Na, guck mal, so bin ich zu euch. Ja. Und jetzt geht's auf 225. Ganz gemütlich für die Zahlen. Warum rasset der da aus? Weiß ich nicht. Nicht wegen uns. Ne, ne, ne. Ich hole nur ein paar Punkte. Oh Gott, hier kommen noch 1000 Zombies, Runa. Scheiß Doktor. Vergiftet. Komm, komm. Ey, wie lange bin ich denn jetzt vergiftet hier? Hilfe. Alles grüben. Ach, fuck. Bin nur fast tot. Mhm. Hunde rechts. Am Ausklinken. Ja. So, ziemlich weit weg aber. Das ist noch weiter. Na ja... Das war ihr ne? Nöööööööööööööööö? Was eher du schon, Atlas? Nein. Ich schwör. Ja das war ihr aber jetzt. Dacht ich hätte noch ne Sekunde. Haha ne. Oh, die sind schon da hinten. Ach, hier ist ja der Zombie-Party. Oh. Sag mal, geht das dir nicht gut? Seid ihr denn alle breit, oder was? Es ist im Vordrin. Hm, ich freu mich. Ja, die sind doch schon gut zur Werbe da. Da hinten, Spieler. Anping. Ganz hinten. Komm, komm jetzt rüber. Scheiße. Ich lauf mal hier außen rum. Ja, das ist schön. Ein Schwarzmantel war das auf jeden Fall, gerade den ich gesehen habe. Ja, super. Ich zieh mich auch mal strategisch zurück. Ja, ich weg jetzt da nicht rein rein, wie so ein Affe. Nee. Ist auch keiner so gute Idee. Nee. Die sind doch am machen, ne? Die müssen die machen. Ja, die müssen die machen. Nein. Was? Ach, die scheiß Slider hier. Ach, das ist schon. Achtung, Hunde da unten. Alles voll. Ja, der ist gleich. Wo liegt er? Ja, unten recht. Hier vorne läuft einer. Mhm. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Der ist schon weg. Der muss reingelaufen sein. Also,? Der muss reingelaufen sein. Oh, tschüss. Ja. Oh, tschüss. Der muss reingelaufen sein. Ja. Ja. Oh. Was? Oh, tschüss. Oh. 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 Oh, oh. Im Fenster? Ja, hab ich schon drauf geschossen, aber ich hab ihn nicht getroffen. Bin mir auch nicht getroffen. Einen hab ich auf dem Fenster. Ja, okay. Da steht noch einer, da ist noch jemand. Ja, der holt den jetzt wahrscheinlich. Hier kommt einer zu mir glaube ich. Wieder am Fenster, zwei. Bei euch, ne? Ja, irgendwo ist hier einer. Da unten. Da einer tot, drinnen. Treffer. Das gibt es doch nicht, Mann. Unten läuft auf jeden Fall einer rum. Noch einer tot. Noch einer tot da oben, das waren wir aber nicht. Juck Nume, naja, das hört sich auch schon mal vielversprechend an. Ja, auf jeden Fall. Ja. 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 Wie sind die auf euch, ne? Ja. 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 Oh, sehr geil. Das war die wahrscheinlich, die ich meinte, ne? Mit Hut einer. Ja, genau. War die mit Hut? Weiß ich jetzt nicht. War noch einer. Ah! Aus dem Fenster raus. Scheiße. Ah, ist zu lange geguckt. Komm, zeig ich in der Wacht. Ah, fuck, Mann. Mann. Fuck. 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 Jetzt komme ich nicht zu euch. Motherfucker. Okay. wo ist denn der atlas oder den habe ich ja jetzt gehoben oben 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 nicht der atlas guck erstmal dass er die eierköpfe da kriegt die geben mir auf die nüsse alter manchmal habe ich auch das gefühl die 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 spawnen nur bei mir ja immer direkt vorher jetzt noch ja hörst nix die hauen ab die hauen ab ja oder sind noch ziemlich nahe ja die sind außerhalb die laufen warum ist der da unten einmal hit haben sie bekommen wo sind sie denn draußen ne ne die kommen wieder rein ins vor ach man die sind hier bei mir an der tür alle beide unten wo das feuer ist passt auf ich bin mich gerade am heilen da kommt der rotze ich bin down scheiße schlöcher ach wir wissen wo du bist wie denn die haben doch gar nicht geguckt hab das doch gehört die wissen wo du bist alter ich schwöre jetzt auf jeden fall völlig unnormal oder jetzt kommen sie gleich hier rein bei dir jetzt kommen sie ich bin ganz klar ich bin ganz klar ich bin ganz klar Ich hab bestimmt gleich eine Kugel im Kopf hier. Ich hab das so im Gefühl. Na ja, die hauen ab Richtung Ausgang glaube ich. Ja, die sind noch bei unseren Leichen. Also jetzt gehen sie nach Daryms Schiffswerft. Mal abwarten im Moment. Ja, die laufen und laufen. Ja, dann kannst du uns holen glaube ich. Ja, kannst du. Kannst zu uns hinkommen. Gibt's doch nicht, ne? Ja, die sind gleich am Ausgang. Ja, ja, ja. Die hatten die Sicht in der Sicht. Die brauchten die Arme gar nicht hoch eben für die Sicht. Komisch. Wo andere 5 Sekunden Sicht haben, haben die. Die sind noch ziemlich nah, du. Ja. Ja. Hol das vorher dein Dings. Die sind, ne? Die sind am Ausgang schon. Die sind am Ausgang, ja. Ja. Die sind jetzt am Ausgang, ja. Ja. Die haben gemerkt, der Sanyo, mit dem ist nicht zu spaßen. Da hauen wir lieber. Ja. Denken tun wir die ja eh nicht mehr. Die sind raus. Hm, hm. So, dann los. Ja, dann gehen wir auch mal zum Ausgang, ne? Ja. Ja. Vor Hunters haben wir ja geholt. Vielen Dank fürs Aufstellen. Vielen, vielen Dank. Ja, bitte. So kann ich mich wenigstens mal ausruhen, so ein bisschen. Ja. Ja, gut. Das war doch schön. Das war doch echt schön. Ich lauf diesmal auch vor, bevor ihr sonst wieder alleine rausgeht. Du kannst doch schon mal rausgehen. Ha, 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 ha. Obwohl, das wird dann jetzt auch gehen, ne? Ja. Wir müssen nur immer, minimum zwei Stück müssen raus, ne? Ja. Und wenn dann der dritte hinterher kommt, der wird ja dann auch die Punkte kriegen. Nö, du kannst doch alleine raus, also. Du kommst doch alleine raus, ja. Wenn du weit genug weg bist, dann geht das. Ach, da sind wir gleich schon da. Ja, sicher. Ich bin schon da. Ich seh jetzt schon. Zumindest sind wir rausgekommen, ist doch schon mal gut. Ja, zum Glück, ne? Ja. Ja. Das auf jeden Fall, ja. Bisschen gefickert haben wir sie hier auch noch. Alles gut. Hey. Hey. Was ist denn los mit dir? Nee, ich hab das noch drei Wolken. Ja, Schnappis. Ja, da wollen wir ja viele. Ah. Ja, schön. Ja. Ja. Da haben sie keinen Bock mehr gehabt, den zu jagen. War noch ein gutes Gefecht, aber wenn die dich raschen mit, mit, ähm, nach Pumpe und du hast keine, hast du keine Chance. Ja. Dann ist Feierabend. Haben wir die Schnauze voll, ja, Karl. Ja. Die Luchos. Drei Egoi gilt hier. Guck mal an. Sehr gut. Alles nur, weil ihr göttlichen Beistand hattet. Ja. 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 Oh, warte. Ich muss meine Schnipsel wieder kaufen. Scheibe. Was nehm ich denn jetzt mal? Ich wär für Schlange. Ja, sechs Punkte, aber ich muss ja mal einen Energieball. Ja, ich muss da auch. Schlange hab ich, Alligatorbeine hab ich. Hm.